Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen Part Among Us im Stream bei Lannificate. Da ich die Anmoderation irgendwie in der Hast vergessen habe, jetzt hier mal Among Us bei Lannificate mit Lannificate und vielen anderen in seiner Community losgegibt's. Viel Spaß! Zwerge, ich weiß nicht warum, aber man hört jeden scheiß Mauskling von dir. Das stimmt. Ja, ich habe ein ziemlich sensibles Mikro und eine ziemlich laute Maus und eine ziemlich laute Tastatur. Aber du kannst das doch in Discord einstellen. Ich wollte gerade sagen, dann stellst du halt einfach runter, weil du hörst dich auch ein bisschen übersteuert an. Und über Halt. Das ist schlecht. Ja, das liegt an meiner Wohnung. Er wohnt in so einem leeren Raum. Irgendwie schon. Lagerhalle ein. Wie heißt der? Ex-QC, der Ex-Demons-Kirchen-Bummels. Ja. Sex, ein halb Stunden später. Mit Skatebike und mit Elf nicht schon. Uhu. Babababaa. Und ich hab noch mich. Und mit Charlie und mit Felix und mit's Tevyee und mit Lenny und mit's Cammy und mit Lucy. Der Lenny darf man nicht sehen, er ist heute der Imposte. Das ist doch schlimm, ey. Elfie. Let's go. Ich nenne mich Elfie. Wir wählen als allererstes Lenny, ja, wenn er über eine Runde überlebt. Wir wählen als allererstes Lucy, weil ich mir mit ihm geschrieben möchte. Du bist siebenmal hintereinander Impostor geworden. Ja, das kommt siebenmal. Also als erstes lassen wir uns nicht sterben. Das ist so fast, ja. Wir sind halt nacheinander einmal, aber dann ja auch in der ersten und dritten Runde, glaube ich, ja auch nochmal. Also bin bestimmt bald zehnmal Impostor geworden. Also Lenny hat's, glaube ich, geschafft sechsmal. Waren's sechsmal oder fünfmal? Sechsmal. Am Stück waren fünfmal, dann einmal die Crewmate-Pause, dann nochmal und ich hab danach nochmal. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. What are the chances, man. What are the chances. Gemutet. Crewmate. Crewmate. ợ Wラst du da zurück? Da spricht noch jemand. Moses. Achoo ancestors. Toll, ich seh nichts! Schlüssel Taliban. Irgendwie kann ich einmal an der Schlüssel chuers elsanner aanwesenken? Erkennen, ob der im Poster ist oder so. Ich habe es noch nicht ganz geblickt. Polus Map ist natürlich immer schwieriger. Da verliert man sich auch schneller. Sekundig wird hier gleich mal getötet. Da ist der Eingang Office. Warum darf ich hier runter? Ich habe da oben auch Tasks. Das hier habe ich hier einen Task. Ich bin gerade so lust. Kabel verbinden. So, ich will mich hier mal umbringen. Ich bin hier, ich mache Downloads. Oha. Tja, Charlie. Ich habe überlebt. Oha. Blöd gelaufen, ne? Schade. Hallo. Charlie wollte gerade... Lenny ist tot. Was ist mit Charlie? Charlie wollte glaube ich gerade zugeben, dass die Lenny gekillt hat. Ne, alles gut. Alles gut. Ich sage gar nichts. Was ist denn? Was ist hier los? Das passiert auch nicht. Hä? Hat jemand irgendwas gesehen? Nein. Nein. So, dann skippen wir mal vielleicht. Wo war die Leiche? Wo war die Leiche? Wo war die Leiche? Ich habe gerade in der Nähe. Ich habe Charlie gesehen. Ich habe auch jemand anderes gesehen. Ich weiß jetzt die Farbe nicht. Kami geht zwar unten in Redman. Das habe ich gesehen. Ja, beim Download, den ich nochmal machen darf. Ja. Güzi, warst du nicht auch gerade irgendwie da? Ja. Ich war oben links. Kurz in den Camps habe ich rüber zur Left. Ich habe irgendeinen gesehen gehabt unten noch mit mir. Ähm. Kami. Güzi, an welcher Task bei Lab standest du? Ja, ist klar. Ähm. Ich hatte bei, da muss ich so einen Scheiter umlegen, damit die Task komplett ist. Weather Note. Ja. Keine Ahnung, wie die genau heißen alle, deswegen. Aber ich denke mal. Wo du vorher das Labyrinth machst und dann einfach den Schalter umkehren musst. Ja. Ja, genau das. Jetzt komm, es gibt Leute. Loll. Leute, es ist doch noch viel zu früh, aber okay. Lucy. Jetzt wird geintet, Leute. Hör auf damit. Jetzt mutet euch. Macht doch gar nichts. Mutet euch, ihr Säcke. Ich bin gemutet. Ich bin selbst gemutet. Ich hätte immer, ob es noch weiß ist. Ich bin, ich bin, ich bin heute lost as fuck. So hier. Ähm. Schwarz ist hier. Wenn der ein Poster ist, dann killt er mich jetzt natürlich. Und Gizzy ist hier. Hi. Okay. 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 Sorry, Lucy, aber ich muss mal was sagen. Bitte. Erstmal würde ich das Team fragen, wenn man die Wasserräder hat, ne? Genau. Ähm. Kann man anfangen, wo man will? Kann man auch unterm Lab anfangen? Oder muss man erst die beiden im... Ich denke, man kann es immer anfangen. Jetzt geht tatsächlich, ja. Seit einem Uplett geht es wieder. Also geht es, dass man es, egal wie machen kann. Ja. Okay. Dann, äh, zweitens, Lucy, du hast circa zwei bis drei Sekunden für jedes Wasserrad gebraucht. Ich bin dir gefolgt. Das geht nicht so schnell. Das ist schlecht. Das ist schon... Verdächtig. Das war einfach... Das war einfach schlecht gefakt. Das ist schon sehr fair. Mhm. Du kannst nicht... Also ich habe, ich habe jetzt keine Beweise. Jaja. Die Sache ist die, dadurch, dass Felix eben Charlie hat auf dem Vent rumlaufen sehen... Alter, ich stand da halt und habe auf meine Karte... Ja, chill doch, Charlie. Ja, aber sowas nervt halt. Und Lucy aber direkt... Ja, aber Charlie habe ich da und da gesehen. So richtig auch verteidigend... Weiß ich nicht. Also ich würde beide einfach im Auge behalten. Die Sache ist die... Felix, ich war dir gerade... Ich war dir gerade sehr froh. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich sterbe. Äh... Die Sache ist die... Kami kann sagen, dass ich da in der Nähe war. Nein. Darum geht's doch auch gar nicht. Raus. Raus. Hä? Ach Leute. Wir haben doch gesagt... Ich hab's doch erwischt. Ja. Das ist doch bitte irgendwie... Ja, die Aufgaben gefecht. Was ist denn das hier für eine Runde? Das ist doch hier... Behalten Sie halt mal im Auge. Meine Güte. Die Sachlichkeit von den vorigen Streams ist jetzt hier... Go away. Ich hab das so gelobt, wie die Leute... Wie die das ist. Wie sachlich diskutiert wurde in den ersten Runden, die ich aufgenommen habe. Aber... Dass das jetzt hier wieder so zur Sache geht hier. Sowas gibt's auch. Wenn Erwachsene miteinander spielen kannst du auch manchmal... Ja... Kannst mal sachlich zur Sache gehen. Sachlich zur Sache gehen. Genau. Und was auch sonst. Kann aber auch... Wieder ausatmen. Jetzt stehe ich natürlich auf dem... Wend. Das kann natürlich... Das bin ich natürlich wieder verdächtigt. Aber ich hab dort eine Task. Und man's glaubt oder nicht. Ich hab nixens besser... Ich geh da trotzdem jetzt runter. Ich folg dem... Ich muss da rüber zum... Zu... Zu... Communication. Das ist mein nächster Task. So sieht's aus. Dekontamination. Jetzt bin ich natürlich sehr verdächtig. Weil ich dich hast und ignoriere. Die ich nicht habe. Und einfach durchlatsche. Ist da. Ich geh in die Abkürzung durch die Dekontamination. Lucy! Danke. Was los? Lass mich raten, die Leiche liegt ins specimen. Richtig. Lucy! Du kamst mir grad entgegen. Das war ja direkt hinter mir. Ja. Aber bevor ich da runterkam, merkt da noch niemand. Und... Also ich werden... Also ich warte ganz kurz. Ich kann bestätigen. Felix und Charlie sind auch runtergelaufen. Also dahin gelaufen. Nein, ich bin nicht runtergelaufen. Ich bin wieder raus. Felix? Ich bin nicht... Ich bin nicht runtergelaufen. Charlie war draußen. Ich hab sie gesehen. Alter, Leute. Ich bin nicht runtergelaufen. Wer hat das gesagt? Wer hat das bestätigt? Ich hab Charlie grad draußen gesehen. Bei Storage draußen. Also von... Kami. Storage. Meine Frage ist ja... Also da ist ein Bereich da, bei dem Stein da. Entschuld. Ich bin, Legend, nicht runtergelaufen. Alter, stopp mal, stopp mal kurz alle. Kami. Bei Storage standet ihr gerade draußen. Also ich bin zu der Weather Node da, zu dem Polar gelaufen. Zu dem... Bei dem Lavasee. Genau. Also ich mein, der ist ja auch in Wänden der Nähe. Ich weiß jetzt nicht, ob sie vielleicht von der Toilette aus runtergewendet ist. Aber ich hab sie halt draußen gesehen. Uff, Alter. Ich bin nicht mal in Specimen drin gewesen und ich wollte legit... Gut, dass reportet wurde, weil Felix, wie bist du so schnell wieder nach oben gekommen? Du bist ja gerade mit den Leuten unten in Specimen rein und du standst grad beim Bohrer auf einmal wieder. Hä? Ich bin beim Bohrer. Ja genau. Und du bist aber vorher mit den anderen durch Specimen durchgelaufen. Felix, wo stehst du jetzt gerade? Jetzt beim Bohrer. Nee. Alles klar. Raus. 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 Was ist jetzt los? Nein. Du hast... Du hast gerade selber verkackt. Du hast gesagt... Oh mein Gott, ist der lost. Ist der junge lost. Ist... Lucy und Charlie haben beide gevotet jetzt. Wollten wir jetzt irgendwen was skippen wir jetzt? Oder was ich... Stopp, 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 stopp. Also... Ja, bevor ihr jetzt votet. Ihr skippt. So. Felix sagt, er steht am Bohrer und er ist mir aber gerade an Storage vorbeigelaufen Richtung Electric gegangen. Leute, Guy ist kein Impostor, aber Charlie und Lucy. Die haben alle drei gerade gevotet. Ah, Felix! Oh Mann. Zwerch und Efnichan, ihr votet bitte für Skip. Ich flieg sowieso raus. Nee. Es ist grad ein bisschen... Ist mir eh zu viel. Ich bin nicht mehr raus hier. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich skippe. Gott. Ich skippe. Ist mir zu viel. Ist mir... Äh, Charlie, weil du gerade verdammt ins Fäustchen lachst, aber... Was soll das denn immer? Ganz ehrlich. Ich hab dir nichts getan und du tust hier irgendwie so einen auf den... Alter, Spybacker, du bist jedes Mal der... Ich lass die fucking Sekunden jetzt auslaufen. Warum? Was? Baut du was, Skip? Nein. Das kannst du nicht machen, Leute. Was kann ich nicht machen? Du laberst irgendwas. Du stehst am Bohrer und stehst vor... Nein. Nein. Das ist ein dritter Imposter. Oh mein Gott. Also Felix, das ist einfach nur lost von dir gewesen. Sorry, wenn du es nicht warst, dann war es lost von dir. Also ich muss euch echt loben, was für eine gechillte Runde wir jetzt hier haben. Du stellst so zu schissene Fragen. Echt eine gechillte Runde hier. Es ist hier... Läuft hier alles ziemlich sachlich. Und ich habe so eine Aufmerksamkeit von... Ohne Flieger. Genau so eine Aufmerksamkeit. Eine Aufmerksamkeit von zwei Sekunden. Und es ist... Wenn alle durcheinander reden, dann bin ich... Dann bin ich raus. Ich weiß dann nicht mehr, was die Sache ist. Und wir müssen nur noch verzweifelt zusehen. Electric Kill. Das heißt nicht umsonst Electric Kill. Na gut, auch hier auf der Map nicht. Endes Geld. Äh, was... Ich habe Lucy Töten gesehen. Mann, Carmen, du sollst einfach den Scan machen. Ich habe Lucy Kill gesehen, Leute. Ich habe es... Ich kam aus Elektrik und habe Lucy Töten gesehen. Die hat dort bei... Bei der... Bei Security den... Wen auch immer umgebracht. Ich habe noch was Glutspotzen gesehen. Es war definitiv Lucy. Es war grün. Also ich habe es... Ich bin halt gerade auch aus Elektrik heraus. Ich habe es auch gesehen. Also ich habe die Leiche gesehen auch. Es war Lucy. Aber warum schießt man direkt auf mich? Kann auch ein Selfie-Port sein. Nee, kann nicht. Lucy. Ich habe auf Lucy geschossen. Lucy ist jetzt drittemals Hass. Es ist halt... Ich habe es halt gesehen. Sky, ich dachte, du willst mir zeigen, dass du auch einen Scanner hast. Deswegen bin ich schon... Nein! Ich habe einfach... Ich habe einfach durch diese kleinen Tippelschritte gesehen, dass du halt safe bist. Ich halt. Und deswegen wollte ich halt bei dir bleiben. Okay. Vor allem halt ein Töten ist halt ein bisschen... Haha. 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 Es läuft hier wieder so entspannt. Das ist ja alles so... So chillext. Jetzt habe ich meinen Drehtasks. Das dauert länger als zwei Sekunden. Ein bisschen länger. Das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Rabe-mö-ra-bam-mö-ra-bum. So wichtig das hier. So. Dort... Dort... Jetzt habe ich noch die nächste. Sehe ich natürlich nicht. Wenn hier jemand von hinten kommt und mich umbringt. Das ist natürlich unpraktisch jetzt im Dunkeln. Man könnte das Licht fixen gehen, aber... Was sonst? Dort habe ich meine letzte Task. Wir ignorieren jetzt her, wo man das Licht... Wasserflaschen habe ich hier. Das Licht ist wieder an. Task complete. Ich habe meine Tasks erledigt. Wo seid ihr? Jetzt bin ich ganz allein. Ah, nice try Charlie, aber... Sorry. Hä? Was ist jetzt los? Ja, es ist... Es ist Charlie. Felix hatte recht. Er war halt einfach nur lost und hat... Warum? Ich habe nicht mehr irgendwas gemacht. Was ist passiert? Ja, stimmt. Du hast nichts gemacht, weil Kami und ich beide zusammen in die Electric reingelaufen sind. Du der einzige Imposter bist. Gewartet hast, dass jemand einzeln in die Electric reinläuft. Äh... Ich habe gewartet, damit ich nicht alleine da reingehe, weil ich Schiss habe. Ja, alles klar, Charlie. Das ist halt so lächerlich, die Ausrede. Also... Da sucht ihr halt vorher jemanden. Nee, ich finde es halt gerade einfach stumpf. Ich stand da, weil ich gewartet habe, dass irgendjemand kommt, damit ich alleine reingehen muss. Das macht ja keinen Unterschied, wenn du jetzt crewmate wärst, ob du jetzt da wartest oder das Licht schnell machst. Das waren halt zwei Sekunden vorher oder so. Ja. 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 Wem soll ich jetzt glauben? Das musst du entscheiden. Ganz einfache Lösung. Ganz einfache Lösung für das Problem. Okay. Ja, wir können es auch sauber runterspielen, ist mir im Endeffekt egal. Jetzt, wo alle tot sind, das meine ich ruhig. Ich bin fertig mit Task. Ich auch. Egal. Ganz genau so. Die Tasks sind gleich fertig. Einer hat noch eine Task. Vielleicht ein Geist oder so. Charlie, der verfolgt mich doch hier. Nein. Heute nicht. Nein. Ich wusste es doch, ich wusste es, dass der, deshalb bin ich abgehauen. Ich wusste es, dass der mich jetzt hier, ich hätte für den voten sollen. Alter, für diesen Felix-Wort muss ich euch leider alle anzeigen. Das war das. Es ist doch. Felix hat selber reingeschissen. Ich wusste es so, dass Charlie mich noch gilt. Nee, 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 nee. Ich habe reingeschissen, das stimmt, aber du hast es verbockt. Felix hat von Runde 1 jeden einzelnen Imposter gebastelt. Runde 2 jeden einzelnen Imposter gebastelt. Nein, nein, ich verstehe es gar nicht. Runde 3 sagt er dann, sagt er dann eine Sache über seinen Standort, wo er instant danach selber gesagt hat, dass er sich nicht mehr 100% sicher ist. Nein, nein, das ging mir darum. Und dann gehst du instant auf Felix und die nächsten Personen, die voten, sind Nein, pass auf. Instant Charlie und Lucy gebastelt. Ich habe gesagt, oh, nee, warte mal, wo bin ich denn? Und das, er hat mir nicht mal eine Sekunde gegeben, um mich zu korrigieren, sondern instant gevotet. Es ist so, es ist so schlecht mit euch. Und das war die, die du dich einfach so verkauft hast. Das war alles. Aber Lucy ganz ehrlich, Lucy, mal ganz kurz, wenn du mit irgendjemand Imposter spielst, tu mir den Gefallen und ich decke deinen Imposter-Kumpel nicht so auffällig, weil sonst machst du nämlich alles kaputt damit. Das war schon hart, ja. Du decke viel zu auffällig. Die Sache ist, Felix, solche Fehler dürfen dir bei mir halt einfach nicht kapieren. Elf, wie warst du das schwarz? Ich bin anfällig für sowas. Das tut mir leid, aber... Es ist halt, weißt du, du sagst, ja, ich bin beim Bohrer. Oh, die Sache ist, du hast zweimal, ja pass auf, Felix hat zweimal gesagt, ja, beim Bohrer. Und ich habe ihn aber gerade vor Electrical gesehen. Uff, Junge. Das war halt die Sache. Ich habe doch gesagt, ich bin mir nicht sicher. Er war nicht in einer... Er hat nicht mit einem Kill ansatzweise irgendwas zu tun gehabt. Das war so. Das ist mir schon klar. Ich habe eine... Ich habe eine Bitte mal... Du musst doch Leuten Zeit geben, eine Sekunde wenigstens zu rekapitulieren. Die hast du. Nein. Ja, ist okay, Felix. Kann ich meine Bitte äußern an alle Leute, die hier beteiligt sind dabei? Das ist eine richtige Mentalität. Das ist einfach alles, was falsch ist. Ich habe nur eine einzige Bitte. Wenn wir... Also... Ich... Also... Ich bin da... Also ich habe... Ich habe... Also wenn alle gleichzeitig reden, habe ich komplett ein Problem. Also es ist... Da geht bei mir komplett die Dichtung weg. Das ist dann... Das hat meine... Das hat meine... Das hat meine Bitte, dass einfach mal... Das einfach mal während den Abstimmungen einfach mal jeder einzeln redet. Oder zwei gleichzeitig... Oder so. Aber nicht... Wenn fünf, sechs Leute gleichzeitig reden, dann... Dann... Dann platzt mir hier alles. Dann ist bei mir... Geh bei mir eine Sicherung durch. Aber... Aber Felix, der war hart. Der war richtig hart. Das kann sich nur nicht bringen. Ey, aber Zwergi hat es... Bis zum Ende. Beinahe. Bis zum Ende. Also bis kurz zum Ende. Das stimmt. Hat es überlebt. Das fand ich gut. Oh, aber guck mal, Zwergi hat sich umgenannt. Disconnected vom Server. Ich habe mich dafür gebannt für den Witz. Jetzt wurde ich gebannt. Ach seh, sind wir alle rausgegeben. Ich hab mir auch... Dann hier... Felix... Was ist denn jetzt los? Musst du den Code nochmal eingeben oder was? Ja, richtig. Zwergi hat sich extra umgenannt, damit er nicht gekriegt wird. Mhm. Das war... Das lag in dem Namen. Das lag in dem Namen, sag ich euch. An alle Leute, mit denen ich jemals Impostor sein sollte, bitte deckt nicht so auffällig. Das macht so viel kaputt einfach. Genau. Das ist das, was wir sehen. Untertitelung des ZDF, 2020